Dubrovnik, Perle der Adria Die große Straße in der Altstadt Verwinkelte, schluchtartige Gässchen und Hinterhöfe verleihen der Altstadt Züge eines Labyrinths Der Marktplatz mit dem Standbild des kroatischen Schriftstellers Ivan Gundulic Der Glockenturm Die Barockkirche St. Blasius aus dem 18. Jahrhundert Die Kuppel der Kathedrale aus dem 17. und 18. Jahrhundert Die Festung Lovriginac Die Stimme Lovriginac